Was, hallo, so ein weißes Ding mit so braunen Bröckel da drauf, ey, was ist denn das? Ja, super! So, ich hab reingep... Heyho und willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute das Building Game von Sethbling. Das ist so ein bisschen wie Montagsmaler mit stillen Posts gemischt und keine Ahnung. Mit dabei, aus der LP, Basti zockt, der Real Goran, Luke Blaze, ich, Wolf Wins von Rock'n'Thumps und der E-Hus. Heyhey! Und ähm... Warum hast du keinen Countdown gemacht? Jo, keine Ahnung, die Kloch zählt, so! Basti beschwert dich nicht. Soll ich nochmal anfangen? Nein, 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 ist schon okay. Zettel rein, ja oder nein? Ähm, ja, wir benennen jetzt einfach mal einen... Ein Papier oben, was ein jeweils anderer sagen soll. Äh, bauen soll. Bauen soll. Äh, das erzählen wir uns natürlich nicht gegenseitig. Und dann geht's auch schon los. Und dann geht's los, dann machen wir alles platt. So. So. Jetzt bin ich mal gestorben. Ich werd nicht bekommen den größten Scheiß. So. Und jetzt? Nein! So, jetzt! Mein Zettel ist nicht drinnen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wie soll ich denn den Scheiß bauen? Jetzt hat einer einfach keinen Zettel, oder? Ja, das bin ich! Toll! Der, der keinen Zettel hat, was, äh, was sollte der bauen? Ja, wenn ich das jetzt... Ja, warte! Warte, schreib... Äh, Manuel! Ja, schreibst du mir in Skype, oder so? Mach das per Slash-Tel, mach das per Slash-Tel, oder? Oder irgendwie sowas. Ich krieg das schon hin. Wie mach ich sowas? Wie mach ich sowas? Ich darf jetzt das geilste Teil bauen, überhaupt. Oh Gott. Mach das einfach mal so komisch dreidimensional. Okay. Ich hab mir sowieso das Beste ausgesucht, was jemand für mich bauen darf. Oh shit, wie sieht denn das aus? Das ist so ein... Ähm... Das erkennt kein Mensch! Das erkennt kein Mensch! Was... Oh Gott. Oh Gott. Was... Basti, ähm... Wir haben ausgemacht, dass wir... Wie lange Zeit haben? 5 Minuten. Wenn die Clock auf 300 läuft, dann sollten alle diesen Knopf da am Rand gedrückt haben, damit's auch, äh, nicht 3 Jahre dauert, bis wir hier fertig sind. Ich werd grad in Skype total zugebombt, weil ich 1000 Leute angeschrieben hab, dass die mitmachen wollen. Äh... Sollen! Sollen! Ob... Ob die mitmachen wollen, aber es hat nicht geklappt. Ach du Scheiße! Ich hab so einen Kack! Kommt man da drauf? Ich kann doch nicht bauen, Mann! Ich kann mir vorstellen, dass du... Meins hast, Basti! Also hier nochmal, für meine Zuschauer hier. Das hier muss ich... Bauen. Ich denke, das ist mir irgendwie gelungen. Muss ich jetzt das Ding wieder zurück machen? Ne, du musst den Knopf drücken, wenn du fennst. Nur den Knopf? Okay. Darm-Bilding. Scheiße! Oh Gott, ey! Und dann wohin mit dem Zettel? Den muss ich einfach fallen? Ich bin in die Ruhe. Ey, pack den wieder zurück in den Dispenser. Den da... Achso, ja. Pack das dann ein bisschen zurück in den Dispenser, damit die Leute... In welchen? In den hinteren, oder? Warte mal. Was ist mit mir, weil ich keinen Zettel drin hab, soll ich einen schnell machen, oder so? Zettel, weil ich weiß ja jetzt, was... Ja, dann mach's rein, damit wir auch wissen, was du da bauen soll. Ey, wehe, das war meiner, den du nicht bekommen hast, wehe. Aber... Nein, nein, er hat ja den von Manuel nicht bekommen, weil's einer weg war. Und chillen. Okay. Okay, jetzt muss man erkennen, was ich gebaut. Und wo soll ich das rein tun? Wieder in den Dispenser, wo ich's auch hergeholt hab. Ja, damit man später... Am besten gar nicht erst rausnehmen, sondern einfach nur gucken. Jo. Besonders... Welcher Pisser hat mir das hier gegeben, ey? Ohne Spaß. Ich wette, du hast meins, Manuel. Mach noch mal hier so ein paar, komm. Also, ich find meins cool. Ja, ich muss irgendwie so ein fettes fettes Teil bauen, danke, Manuel. Gerne, gerne. Ich darf bestimmt was bauen, was der Manuel mir gegeben hat, das ist ja... Oder irgendein anderer, keine Ahnung. Ey, irgendwie, ich bin total zufrieden mit dem, was du gebaut hast. Ich auch, ich bin super zufrieden. Ja, ich bin fett. Ich glaub, da kommt ein super einfaches Teil. Ich find meins ist auch richtig gut geworden. Oh Gott, meins sieht aber so... Meins erkennt man gar nicht. Meins erkennt man gar nicht. Das wird super, das wird super. Äh? Wie soll man das bauen? Welcher Friggit, ey? Oh, Spaß. Immer wieder gerne, Manuel. Wenn ich herausfinde, wäre das wahr. Du brauchst so simpel wie möglich. Wie... Ja. Das kann man nicht simpel bauen. Das sieht aus wie ein Stück Scheiße. Ja, ich freu mich schon. Ja, wo ist denn dieses Achterste? Das ist unser Knopf. Der nächste Stück Scheiße. Okay. Okay, ich bin fertig. Jungs. So, ich bin auch fertig. Okay, Manuel lässt mir noch ran. So, und jetzt? Wo? Okay, jetzt sind wir bei einem jeweils anderen, der irgendwas gebaut hat. Jetzt nehmt ihr euch wieder das Zettel, was ihr bekommen habt und schreibt es auf, was ihr denkt, was das ist. Ah, okay. Und facken sie in den Fenster. Und diesmal auch reinpacken beim ersten Mal. Was ist denn da bitte? Hä? Was soll das sein, ey? Hä? Was, ey? Oh mein Gott. Was soll das sein? Hä? 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 Was ist denn da bitte? Ey, wer baut so'n Quatsch? Ah, ich weiß es. Hä? Ich weiß es. Was? Hallo, so'n weißes Ding mit so'n braunen Bröckel da drauf. Hä? Was ist denn da? Ja, super! So, ich hab's reingepackt. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin auf, ey. Was ist da bitte? Was soll das sein, ey? Also ich hab keine Ahnung. Also ich hab was gebaut, was für alte Männer wichtig ist. Also hier, wenn das hier tatsächlich stimmt, dann ist es ja gut, aber ich hab keine Ahnung, was das ist. Muss ich wieder auf den Knopf drücken? Nein. Äh, ne, ne, ne. Auf den Zettel schreiben, was du denkst. Hab ich schon gemacht, hab ich schon gemacht. Ja, ja, jetzt musst du noch auf Luke warten, weil der langsam ist. So, hab's. Okay. So, jetzt nehmen wir... Oh Gott. Oh, bist du. Ähm. Oh, ne. Okay. Okay, jetzt muss ich wieder hier bauen, ne? Ja, jetzt musst du bauen. Oh. Junge. Okay, irgendjemand hat was genommen, was jemand verboten hat, am Anfang zu bauen. Manuel? Nein! Nein! Luke hatte doch meins. Kein Weißer nicht vorzuknommen. Und Luke Place wusste, was ich gebaut hab. Äh, was, ne, was er bauen sollte. So. Ja, so. Ja, toll. Ich war diesmal, ich war diesmal lieb. Du warst ein braver Junge. Das gibt's übrigens über drei Runden. Und wenn wir fertig sind, können wir einfach mal über alles drüber fliegen und dann schauen, was wir für ein... Ich würd sagen, einfach gemeinsam dann durch alles durch, oder? Ja, ja. Also, ich versuch das Ding jetzt hier irgendwie so zu bauen. Ich hab jetzt einfach mal so die kleine Version im Kopf. Für die Leute, die ja wissen, was ich da bauen muss. Wie scheiße das einfach aussieht. Ich hab sowas wunderhübsches einfach. Oh Mann, ich hätt mir gewünscht, dass ein Garagentor irgendwann kommt. Haha! Das ist eins der verbotenen Wörter, Basti. Das ist irgendein Insider? Wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Von ganz früher mal noch. Auf Honeyballs Server. Oh Gott. Gott, wie macht man denn ein Maul von dem Vieh? Ja... Yeah, dann hast du bestimmt das, was ich ganz zu Anfang geschrieben hab, wenn du Maul sagst. Aber das kann natürlich alles sein. So. So. Ich krieg das Ding noch Augen. Offensichtlich erkennt man. Ich bin fertig. Schön mal, Budi! Ich hab nicht mal nen Ansatz. Manuel hat sich jetzt erst den Zettel angeschaut. Aber das hat wie zu fette Glubsaugen bei mir. Das ist voll übertrieben. So. So. Irgend so n... Ja. So. Dann komm mal hier schön mit nem Salat. Hier nochmal rufen. Das erkennt man. So. Also ich bin fertig. Alles klar. Ich glaub ich auch. Hier nochmal für meine Zuschauer. Ich bin noch nicht fertig. Das hab ich gebaut. Ich brauch die ganze Zeit. Das Ding ist so n riesen Flatschen hier, was ich baue. Ein Drittel der Zeit ist um. So. Ja ich weiß. Irgendwie die Beine. Ah. Scheiße. Ich hab's falsch rum gebaut. So für alle nochmal. Hier an der Wand. Hier an der Wand. Pssst. Hoff mal das erkennt man eventuell. Hier. Pssst. Ich hab's falsch rum gebaut. Das Innere nach außen oder was? Ja. Nein. Ich mein. Man spawnt ja bei den Ambussen so. Ist doch wurscht. Das ist doch egal. Kann man da rausfliegen dann. Und gucken. Nein. Wir gucken gleich von oben. Es ist okay wie rum du's machst. Das ist voll egal. Okay. Okay. Wenn ich fertig hab dann hier wieder ne. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Das sieht so wie so n. Ja. Warte. Darf ich Schilder machen die auf was zeigen? Nein. Ne. Mies. Da muss ich so n dicken Pfeil bauen ey. So n dicken. Ja. Pfeil. Haha. Dicken Lüris ey. So. Gott. Ja. Das sieht so aus. Das darfst du nicht bauen Manuel. Ist verboten. Hätte das jetzt natürlich total detailhaft machen können aber. Aber ich denk dass der Catball zu holen. Rundlich mal. Oh. Ich weiß gar nicht mal was alles drauf rein ist. Meine Fresse was kommt denn alles drauf lag? Also meins ist cool und funktioniert auch. Also das funktioniert. Hast du eine Rad-Dom Schaltung dazu oder ist? Ne. es ist wenn man auch lautet aber das war er ist in der Fallen ja fertig ist der ich auch gesunde Blut okay nicht dass es sich lassen ich bin so gespannt was die anderen gebraucht haben Manuel pass auf das Bild nur noch eine Minute ja ja ganz ruhig Kollegen ganz ruhig und schießt immer schön geschmeidig bleiben doch der der auch noch nicht fertig ist ganz gechillt ja jetzt noch hier Manuel oh jetzt hast du mich unter Druck ich kann aber nicht leben du hast nur noch 40 Sekunden auf Leben was ist das WTF ich glaube ich weiß was meinst Alter was ist das denn ich weiß was das ist jetzt werden es gebaut wie geil was ist das also es ist ja unglaublich also das kann doch nicht sein hat das ernsthaft jemand geschrieben ich schreib das jetzt einfach mal oh wie geil glaubst zwar nicht richtig aber ähm das ist das eigentlich richtig ich hab die falsche Marken genommen ich hab die Kloschüssel aber ne wer den gebaut hat haha wo WTF ich blick das nicht ich blick dieses Gebilde hier einfach nicht warte so ich blick das nicht warum ist da oben was da drin warum also bei mir bei mir hat jemand was echt groß gebaut ja super warum krieg ich immer nur ey boah Manuel ich krieg nur deinen scheiß das hast du wohl nicht kapiert was ist das mach einfach das was du denkst ja ich hab ja nicht meine Ahnung überhaupt haha da komm weiter äh da komm was soll das sein mann ich hatte dann schon ne Idee wie wir das machen können wir können einfach Spieler für Spieler die kann man durchfliegen nein von vorne nach hinten gehen wir gleich durch nein das ist okay mach gleich ein TP-All und dann hm oh Gott warte TP-All geht doch von Null oder nicht warte so ja äh haha und das gleich spawn los ok 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 was ist es und jetzt immer die Zettel drin lassen wie so ok oh fick dich was ich hab das bestimmt du äh was ich selbst auch eigentlich eingeben wollte aber jetzt muss ich spawn den scheiß äh Alter wie soll ich das bauen ich bin gleich schon wieder fertig also ich hab heute irgendwie die ganz einfachen Sachen zum Glück komm mal so Moment 1 2 ey jetzt komm ich übel an meine Grenzen 1 2 3 oder ich brauche gerade was mega schönes total bestimmt rüste rüste und jetzt kommts gleich ja stimmt gibt's hier WorldEdit rüste 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 Also ich freue mich auf die Gebilde von meinem Board. So, das sieht so wunderschön aus. Ich auch total unter Druck. Hey, komm, das kann man erkennen. Das ist gut. Das geht. Ich bin ready. Ist ansehnlich. Ja, das geht. Für das, was ich noch nie so was gebaut habe. Man würde ja auch fast bei manchen Sachen nie auf die Idee kommen, überhaupt so was mal zu bauen. Man kann ja so eine Aktion ja auch mal öfter wiederholen. Und dann kann man mal gucken, ob man besser wird. Ach komm, YOLO, ey. Fertig. So, ich muss jetzt nur noch eben kurz, äh... Manuel mal nicht der Letzte beim Bauen. Ich gebe mir total Mühe, damit der Nächste auch weiß, was er ist. Ja, es gibt ja jetzt keinen Nächsten mehr, oder? Wird noch einmal geraten. Danach wird schon geguckt, wer... Ah ja, einmal wird jetzt noch geraten und dann ist es aus, oder? Scheiße, der ist unsymmetrisch. Ähm, nee, ich glaube, es wird gar nicht mehr geraten. Das war ja jetzt schon. Mein Gott, das erkennt kein Mensch. Doch, es gibt ja noch einmal Raten noch. Weil ja noch die anderen da sind. Also ich finde den richtig geil. Also man muss sagen, der ist top. Also, meins sieht echt, ähm, ich... Wird's selbst nicht erkennen. Garagentormäßig aus. Ja, total, nee. Wird's, glaube ich, selber nicht erkennen. Goran und Iros, was los da? Ja, ich bin auch am Bauen hier. Ihr habt noch knapp 30 Sekunden. Ja, kein Dean, kein Dean. Man, immer diese langsamen Leute. Ja, richtig schlimm, äh. Keine Ahnung. Ich gehe mir richtig auf den Piss, äh. Ohne Scheiß. Was ist das, Mann? Hier, ich gebe einfach ab. Selbst schuld, wenn ihr sie nicht erkannt erkennt. So. Das soll das nicht sein. Oh, meine Fässig. Was, 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 was ist das? Ah, warte mal. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Sehr geil. Okay, ja. Was soll das sein? Was ist das denn? Das ist irgendein scheiß Tier, aber... Ich habe einen Haufen Kneten gemacht oder so. Ich habe einen Haufen Kneten, was ihr könnt von mir schreiben. Ach, nee, warte. Das ist geil. Wer hat das gebaut? Warte, wie geht denn? Das wäre so anders. Wie schreibt man denn das? Hey. Ey, da kommt so geile Gebilde raus. Wie schreibt das? Das ist das Beste. So, Jungs. Herrlich. Einer noch. Oh, Luke, jetzt geht's los. Luke. Ja, ich rieche nur einfach das. Ich glaube, das stimmt sowieso nicht, aber... Ich habe mich nicht mehr taucht, wie er aber anders aussieht. Ja, komm, Luke. Gott, ey. Hau rein. So, jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Und jetzt? Ja. Machen wir jetzt? So, okay. Ich würde mal sagen... Warte, warte, warte. Der Basti, der telefoniert das mal. Ich bin am Anfang, ja, ich bin am Anfang. Wir gehen mal ganz am Anfang, einfach ganz am Anfang. Zu Spiele 1 und dann. Oder? So. Du, äh... Achso. Moment, wir sind da meine... Ah, ich bin Spiele 1? Ah, wir sind an der anderen Ecke. Wir sind an der anderen Ecke. Kommt, kommt, äh... Ach, da hoch, ja, okay. Jetzt zur anderen Ecke. Ach, du... Okay. Los, Jungs. Noch nicht runter schielen und gucken. Ja, ich guck extra nach oben. Ich auch. Ja, wo gehen wir jetzt? Hä, wo gehen wir denn jetzt hin, Kollege? Einfach hinten nach... Hier hinten zu ersten Ecke. Ja, aber kannst du nicht irgendwie so TP-Dingens machen? Nein, was ist das? Nee, das ist Vanilla. Ah. Ja, genau das. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das musste ich erraten. Genau das. Genau das musste ich erraten, Mann. Das habe ich gebaut. Wir haben hier einen Döner-Teller. Ja, ja, so. Okay. Kack, du bist da auf dem Teller. Ja, habe ich doch... Wer hat Döner-Teller geschrieben? Wer hat Döner-Teller geschrieben? Nee, ich habe Döner geschrieben. Als Antwort. Nee. Du hast den Döner geschrieben. Ich, ich, ich habe Döner-Teller geschrieben. Alter, wie kannst du... Wie kann man so... Döner-Teller? So, und du sagst... Die Antwort ist... Nächster, nächster... Warte, warte, warte. Döner-Teller-Version 3. Das war ich. Ah, nee, wer hat denn erraten, was das ist? Wer hat ein Döner gesagt? Der hat Döner gesagt. Oh, das ist ja geil. Aber der ist voll geil. Ja, den habe ich gebaut. Den habe ich gebaut. Den habe ich gebaut. Also, ich habe, ich habe gesagt, dass das ein Döner ist. Da habe ich mich voll gefreut, als ich den gesehen habe. Genau, dann habe ich den Döner gebaut. Also, wenn man meinen Döner nachher sieht. Es wurde erraten, Döner. Okay? Das ist sehr geil. Und der Nächste hat da... Ja, toll. Das habe ich dann bekommen. Und habe dann erst gedacht, dass der Knete. Und ich habe dann Burger. Dick Tasty hab ich gedacht. Nein. Ich möchte anmerken, das ist mein Kunstwerk. Ja, so sieht es auch aus. Aber sehr cool. Mein Döner-Teller war der Beste. Ihr könnt doch mal immer hier in den Dings gucken. In den Dispenser. Dann sehen die Zuschauer das selber. Was gebaut werden soll, beziehungsweise was gebaut worden ist. Geh mal hier schief wieder rüber. Zum Virus. So. Oh Gott, was ist das denn? Ja, das habe ich gebaut. Warte. Das habe ich geschrieben. Warte. Und zwar war das Froschkönig. Ja, das erkennt man noch, oder? Hier. Das ist cool. Das ist irgendwie so ein Fisch. Nice. Weißt du, das hat mich inspiriert an den kleinen Yoshi. Hä? Wenn der Yoshi noch ganz klein ist, sieht das so aus. So. Wachoo. Warte, warte. Erraten wurde das Ding. Frosch. Ähm. Frosch. Hallo, die Krone drauf. Ja. Das Ding habe ich gebaut. Das sieht geil aus. Das sieht aus wie so ein... Wie heißen die Dinger? Die dieses Blut aussaugen. Die Blut egel. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier baut. Und ich habe glaube ich auch Frosch geschrieben. Ja, ich habe Frosch geschrieben. Ja. Und der nächste hat dann auch ein... Ein wunderschönen Frosch. Wow. Ja. Wow. Das ist cool. Achso, wir haben jetzt wahrscheinlich alle den letzten nicht ausgefüllt, ne? Doch. Frosch. Frosch wird erraten. Ja, ja. Das habe ich erraten. Cool. Mein Handy ist alle. Für den Frosch richtig cool habe ich. Okay. Das ist gut. So. Nächster. Next one. Ja. Okay. Alter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war ein wunderschönes Wort. Nein. Das soll Viagra sein. Ich musste es bauen. Ich musste es bauen. Das soll Viagra sein. Das soll Viagra sein. Ach. Viagra. Das ist super. Ja, das muss ich wieder schön erraten, ne? Toll. Was ist das hier? Was soll der Scheiß? Was soll der erraten? 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 Die Toilette, die habe ich am Schluss gehabt. Die ist geil. Also wie aus Viagra ein Wassertropfen und eine Toilette wurde. Wunderschön. Wunderschön, ja. Nächster. Das musste ich auch bauen. Ne. Ne, musste ich nicht bauen. Später musste ich das auch bauen. Was soll denn das am Anfang sein? Das ist die Cola-Flasche. Ah ne. Coca-Cola-Flasche. Coca-Cola. Ich fand das ja richtig gut, oder? Sehr gut. Das habe ich dann erraten. Ja, ich habe es gut nachgebaut, oder? Ja. Dann wurde, okay, Cola, dann erraten und dann... Und ich hatte dann irgendwie so eine Cola-Dose im Kopf. Warte, habe ich diese hier gebaut. Ne Cola-Dose. Ja. Nein. Wurde was erraten? Dann wurde Dose erraten und ich habe dann die letzte erraten. Ja, das habe ich gebaut. Das habe ich gebaut jetzt. Cola-Dose. Nein. Das sieht auch noch ein bisschen aus wie so ein Mülleimer. Ja. Aber, aber ich habe es zum Schluss erraten und wieder Cola-Dose rausgemacht. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Super Sache. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nächster. 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 Ach Gott, das. Das habe ich gebaut. Das musste ich danach erraten. Das hast du nicht erraten. Das hast du nicht erraten. Das habe ich gebaut. Das ist meine Kuh. Das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh. Ich habe ein Stier gesagt. Ja. Weil das Hörner... Ich habe dann den Stier dann gebaut. Ja. Moment, Moment, Moment. Den Stier, den musste ich erraten. Und ich dachte so, ey, entweder das ist ein Gnu, weil die Hörner nach unten sind, weil ein Stier hätte sie nach oben. Oder... Ich habe mir so einen spanischen Kampfstier vorgestellt hier. Ja. Also habe ich dann geschrieben, äh, Gnu. Ja, und das... Das konnte ich dann... Das konnte ich... Das konnte ich erraten. Super. So einen Scheiß konnte ich... Das konnte ich dann erraten. Das wurde... Ja, ein Rentier, genau. Ja, ein Rentier hat doch ein rotes... Ja, das wäre dann nur Rudolf. Super. Ey, voll gut, oder? Hab ich doch richtig gut gemacht. Super. Und ich darf es dann erraten, weißt du? Weißt du? Ich wollte ja einen Paralympic-Teilnehmer bauen. Ein Rentier. Ja, das ist mein Wort, das ist mein Wort hier. Der nächste musste ein iPhone bauen. Ja, das ist mein mein Wort. Das habe ich gebaut. Das habe ich gebaut. Mit dem Apfel. Mit dem Apfel hinten. Das ist eine super Idee. Das habe ich gebaut. Das habe ich gebaut. Ich weiß. Hallo. Das wäre... Ja, ich habe es dann ja auch nachgebaut. Erraten wir dann... iPhone? Wahrscheinlich? Ja, ja. Das musste ich dann erraten. Ich habe gesagt iPhone. Gut. Ja. Und dann... Was? Das... Das ist wie ein Hofhaus. Das ist doch geil. Wer hat das gebaut? Erraten wurde... TV. Nein! Wer hat denn mit dem TV da geraten? Wer hat TV erraten? Wer hat das gebaut? Das ist doch klar. Ein iPhone verdammt. Ja, also... Nicht. Ein iPhone 8. Wer hat das denn gebaut hier? Sieht aus wie... Nein. Der Iris war übrigens der Einzige, der wie iPhone-konform 4 Symbole nebeneinander gemacht hat. Ja klar. Der bester hat nur 3 gemacht. Also da muss man ihn schon... Ja, weil ich selbst ein iPhone habe. Ja. Was sieht das aus? Ja. Ein Tisch für Schiffe versenkt. Oh je je je. Jetzt kommt mein Wort. Ja und das habe ich als... Das habe ich als erstes gebaut hier. Das habe ich dann weggebaut. Was ist da das Wort gewesen? Wasserrutsche. Das habe ich auch erraten. Das durfte ich dann erraten. Sexy. Und das durfte ich nachbauen. Ich glaube das ist dann... Ja das ging. Dann habe ich das hier gebaut. Und das habe ich dann zum Schluss gebaut. Ja das durfte ich ja erraten Basti. Was hast du gesagt? Ja tipp doch. Ja überall kann Wasserrutsche raus. Ja ja das ist was cooles. Oh Manuel das war ein langweiliges Wort. Mein Wort war viel besser. So was ist jetzt das Highlight gewesen? Dass sie alle lachen konnten. Also ich muss sagen. Ich glaube die Toilette die ist in Geisten gebaut. So wie der Döner. Mein Döner ist eh am besten. Ja. Die Toilette. Laufen Knete. Ja cool cool cool. Aber von Döner Teller zu Döner gar nicht so schlecht. Weil so ein Teller mit so Kackdingern da drauf. Da denkst du auch so. Ich hab... Ah Alter. Sollte das sein. Ja Juba ich bin lieber Boss und Bone. Ja. Und wo ist die Soße Manuel? Keine Soße. Oder ist das Gelbe die Soße? Ja ich würde sagen hat Spaß gemacht. Das kann man vielleicht irgendwann nochmal wiederholen. Auf jeden Fall ich find's geil. Ähm. Jo. Wir verlinken uns gegenseitig nochmal in den Videos. Und das war's. Tschüss. Ciao. Ciao. Joke Interview Jack Au dealers C Joke Untertitelung. BR 2018